Ratgebergeld.at, die Zukunft des Tradings beginnt hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Marktbericht hier bei Ratgebergeld.at, Montag, den 18. September. Es waren Folgewoche die Silberaktien, die die größten Gewinne hier erzielt haben. Wenn wir uns also die allgemeinen Trends hier bei den Silberaktien anschauen, dann sehen wir also längerfristig nach wie vor Abwärtstrend, mittelfristig Abwärtstrend. Also eher mehr technische Gegenreaktion als ein Sektor, wo ich sagen würde, wow, da müssen wir unbedingt dabei sein. Kohleaktien waren weiterhin unglaublich stark. Sykes und Co. hatten wir immer wieder dort und da schon mal auf der Watchlist. Aber der wirklich bestechende und perfekte Breakout und Handelssignal kam hier alles schon vor geraumer Zeit. Einerseits Bereich Papier könnte recht interessant werden. Da sind wir längerfristig auf einen recht interessanten Punkt angekommen. Da werde ich mir die gesamte Branche noch einmal ein bisschen zu Gemüte führen und vielleicht auch die ein oder anderen Aktien hier dann genauer auswählen. Und auch der Bereich Industrie, Metals und Minerals sieht im längerfristigen Chart nicht unbedingt so uninteressant aus. Und mittelfristig braucht es nur noch ein bisschen, bis wir da vielleicht einen Trendwechsel kriegen oder eben nicht. Also da sind durchaus zwei Sektoren, wo ich sagen würde, oder zwei Branchen, da lohnt es sich ein bisschen genauer hineinzuschauen und vielleicht auch die ein oder andere Aktie aus diesem Bereich heraus zu filtern. Ansonsten, wenn wir gerade bei den Sektoren sind, die beiden Sektoren, die gerade im ersten Halbjahr den Markt extrem stark angeführt haben, haben derzeit erhebliche Probleme. Und zwar zum einen einmal der Hausbausektor. Da hatten wir ja in dieser Anstiegsphase ja schon einige Übertreibungen. Aber jetzt aktuell sieht es eher mehr nach Rückwärtsgang aus und eventuell, dass wir also einen etwas tieferen Pullback bis zu 150 und 200 Tagelinie bekommen. Da haben wir Aktien drinnen wie die Air Horton, Toll Brothers, Pulte, Holmes und Co., die recht gut unterwegs waren. Und auch der Halbleitersektor sieht nach wie vor alles andere aus gut aus. Wir haben ein klares, tieferes Hoch, wir haben ein klares, tieferes Tief-Breakdown in Richtung Süden. Wir sehen auch relativ klar und deutlich, wie die gleitenden Durchschnitte jetzt von einer Steigphase in eine Fallphase übergehen. Und bedeutet das jetzt nicht unbedingt, dass jetzt der Gesamtmarkt deswegen komplett wegbrechen muss. Aber es deutet zumindest auf eines hin, dass wir eine Veränderung der Sektoren haben. Das heißt Halbleiter nicht mehr der führende Sektor im Tech-Bereich. Hausbauunternehmen nicht mehr der führende Sektor in anderen Bereichen. Und relativ auffällig für mich ist, dass wir gerade eben relativ gute Tendenzen sehen im Bereich Software. Und darum auch hier bei den Top Tens. Dieses Mal bei uns 4 von 9 oder ne, 1, 2, 3, 4, 5 von 9, 6 von 9 Aktien kommen aus dem Bereich Software. Das ist kein Zufall. Und dieser Sektor scheint momentan eher interessant zu sein als Aktien wie Nvidia, Rambos und Co. Kommen wir zum Gesamtmarkt. Wir haben weder das Hoch der letzten 2, 3 Wochen gebrochen, noch das Tief. Wir bleiben nach wie vor hier in dieser I don't know where we go Phase. Weiß kein Mensch, wohin die Reise geht. Freitag war natürlich alles andere als freundlich. Erhöht jetzt natürlich die Gefahr, dass wir diese untere Unterstützung hier brechen. Wenn ja, könnte ein Abverkauf auf bis zu 4, 3, 27 die mögliche Folge sein. Aber wir haben noch am Mittwoch die FED. Kann alles drum und dran wieder herumdrehen. Die Angst vor der FED ist wieder da. Aber kann mitunter eben auch ein möglicher Trend Changer nach oben werden. We will see. Und ja, insgesamt gesehen auch gar keine so uninteressante Situation. Vor allem wenn wir uns diese Widerstandslinie ansehen. Wir haben ein höheres Tief, wir haben eine Konsolidierung unter dem Widerstand. Solange wir nicht komplett wegbrechen hier nach unten, haben die Bullen nach wie vor die Chance hier in einem Breakout nach oben hier zu ergattern. Ob es dazu kommt oder nicht, müssen wir abwarten. Die Karten haben sich diesbezüglich natürlich seit dem Freitag hier ein bisschen verschlechtert. Aber auch die Konsolidierung an der Neistag sieht eigentlich nach wie vor sehr, sehr, sehr gut aus. Solange wir dieses Tief hier nicht brechen. Natürlich auch ein mögliches Szenario ist, dass wir dieses Tief brechen. Jeder rechnet mit dem Absturz hier runter, haben wir aber nur ein kurzes Tief und dann wieder die Rückerobung des Tiefs. Also das ist natürlich auch ein Szenario, auf das wir uns einstellen können, dass das auch durchaus möglich wird. Das hatten wir auch hier. Wir hatten dieses höhere Tief und haben gesagt, okay, dieses Tief darf nicht gebrochen werden. Wurde kurzfristig gebrochen, aber nicht bestätigt. Kurse gingen dann danach wieder nach oben und das war der Startschuss von einer Mega-Rally in Richtung Norden. Das ist natürlich auch ein wahrscheinliches Szenario. Aber so oder so, wir wissen worauf wir schauen müssen, wir wissen worauf wir achten müssen und das ist grundsätzlich einmal das Wichtigste. Also gehen wir unter dieses Tief, Cashquote erhöhen, Stop Trading, ganz, ganz, ganz klar. Gehen wir unter das Tief, erobern das Tief wieder zurück, wäre das meines Erachtens ein sehr bullisches Signal und brechen wir natürlich da über die Widerstandslinien nach oben aus, wäre es ebenfalls ein sehr bullisches Signal. Achtet auf alle Fälle auch den Russell 2000, der ist nach wie vor deutlich angeschlagen. Der könnte also auch das finale Signal dazu geben, was passiert. Bullen oder Bären gewinnen. Eines von beiden wird also demnächst hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Ja, Portfolio technisch, ich war am Freitag nicht on air, habe aber jetzt meine finalen Gewinne von diesem Breakout hier in MPC jetzt am Freitag mitgenommen. Mein Stopp war relativ klar, zwei Tage ist tief und habe also jetzt hier meine finalen Gewinne in MPC mitgenommen. War ein ganz, ganz netter Trade im Bereich der Öl- und Gasaktien und bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Auch der zweite Trade im Bereich Öl- und Gasaktien läuft weiterhin in meine Richtung. TTI, erster Kauf hier, Teilgewinn mit Namen pyramidisiert, Teilgewinn mit Namen, Rest der Position jetzt abgesichert unter 6,08. Kriegen wir einen Breakout nach oben, kann ich dann Stopp dort oder da eventuell sogar noch nachziehen. Der Ölpreis ist super, super cool in Schuss, das heißt dementsprechend, ja, gefällt mir. Also kann durchaus noch ein bisschen weiter in Richtung Norden gehen. Aufgegeben habe ich am Freitag meinen Trade vorläufig in Sophie, da hatten wir hier diesen 9,15er, Kaufsignal hier, hier oben Teilgewinn mitgenommen, Rest der Position plus minus 0 abgesichert, wurde am Freitag ausgelöst. Aber insgesamt gesehen sieht Sophie nach wie vor ganz gut aus. Also wir haben eine Konsolidierung hier und Aktie kehrt somit zurück auf unsere Primär-Watchlist für eine Fortführung der Aufwärtsbewegung. Also kann durchaus sein, dass wir da noch ein bisschen mehr zu sehen bekommen. MGM bleibt weiterhin, sorry, MGM bleibt weiterhin größtenteils hier in der Range. Aktie haben wir bei um die 2,61 glaube ich herum aufgebaut, schaue ich jetzt nochmal ganz kurz nach. Nö, 2,60 sogar, sind wir sogar noch leicht im Plus. Schauen wir mal, solange das Tief der folgenden Woche hält, ist MGM nach wie vor absolut okay, wenn nicht, dann nicht. Shopify ist nach wie vor über den 20er, 50er mit einem Mega-Setup, ist auch auf der Top-Ten-Liste natürlich für diese Woche gelistet und das könnte ein Trend-Changer auch werden. Kommt auch aus dem Bereich Software und dementsprechend natürlich auch eine Aktie, die absolut zu favorisieren ist. Die Queues habe ich noch auf der Long-Seite, aber ganz klar abgesichert mit einem Stop unter dem Tief der letzten beiden Wochen. Da ist das Risiko super, super klein und aktuell liege ich also hier mit dem Einstieg bei den Queues ganz knapp unter dem Entry, beziehungsweise die Kurse liegen ganz knapp unter dem Entry. Und last but not least, der Schwarz der Woche war BLDR hier oben aufgebaut mit einem engen Stop. Target nach unten war um die 123. Trade läuft nach wie vor auf Hochtouren, ist mittlerweile bereits mit über 8% im Plus und hat mir eigentlich so ziemlich alle Verluste aus den anderen Aktien hier sehr, sehr schön auch hier aufgeholt. Und ja, bin ich super zufrieden, dass ich da zumindest auch den einen oder anderen Short hier am Laufen gehabt habe. Top-Tens könnt ihr euch selber anschauen, viele davon finden wir natürlich auch in der aktuellen Setup-Liste. Natürlich wieder mal viel zu viele Aktien hier, insgesamt 23. Und ja, bin ich super zufrieden, dass ihr euch selber anschauen könnt,